Hallo liebe W.O.W. Freunde, willkommen zurück zur W.O.W. Let's Play mit Jonny Doe. Wir befinden uns hier im Nagrand, der Ring der Prüfungen. Also wir setzen genau da an, wo ich letztes Mal aufgehört habe mit Let's Play. W.O.W. Quest schmeckt wie Hühnchen. Da habe ich einiges bekommen. So, der Ring der Prüfung, Holja, als ehemaliger Mitglied in der Elyria-Kranten greift er mit den tödlichen Präsentionen an. Besiegt ihn. Bleibt sauber! Ja, wunderbar. Versuchen war mal unser Glück. Wo war denn der Eingang hier nochmal? Hier war der Eingang. So, ich hoffe auch ein wenig, habe ich noch einmal an meinen, ja, Einstellungen rumgeschraubt für das Mikrofon. Die nächste Prüfung steht an. Ich hoffe, ihr gern sterben. Denn auf euch warten... Oh ja! Oh ja, das war eine letzte Kämpfer getötet, bevor der Kampf überhaupt begonnen. Ha ha ha! Ja, das war ein bisschen plat, t'inein. Let's do it! Let's do it! Let's do it. Oh ja! Oh ja! Oh ja! Oh ja, das war eine Malin! ja denn jetzt los macht sind Ja, meine Katze im Hintergrund ist auch da. 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 um um schnell hier einmal zu dem Westweber gehen direkt um die Ecke steht ja bleibt gut drauf hier hier bleibt so man zu mitzugeben eine nette Sache kann jeder gebrauchen so, dann schauen wir mal bereitet euch vor auf nächste Runde wir antreten gegen Hauptmann Funkenschlag und den Abfuckler das beste an Funkenschlag kämpfen ist dass die Herausforderer extra knustrig werden knustrig knustrig überhaupt nicht die wie der auf Untertitelung des ZDF, 2020 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 nicht abend die im der muss ein bisschen und Taktik und dieser zauber ist noch nicht bereit ja 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 die ja ja das immer noch ja das muss ich muss aber ganz ehrlich sagen, dass hier der Wien manchmal so schlecht ist und dann ist es so richtig mal so nebenbei nicht ja, gewählt uuuuuh ja, kann man von langweilig sein, kann ich ja alles gar nichts und einem und 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 Das war's für heute. 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 wir verfolgen wie geht es euch so bleibt sauber Fortschritt damit so noch haben wir auch Kapitel von 8 fertig gemacht im Ring der Prüfung das nächste Schatten der Leere ja wenn ich dann noch schauen wo wir da hin müssen und ja was da zu tun liegt total erschrecklich der Hafen ja auf jeden Fall ja das waren die Quest rein und Arena Kämpfe in Nagrand im Ring der Prüfungen und ja vielen lieben Dank fürs Zuschauen wenn es euch gefallen hat lasst mir ein Abo da oder einen Daumen nach oben und ganz doll freue ich mich über eure Kommentare und ja schaltet auch wieder ein beim nächsten Mal mit let's play mit Johnny Doe und ich bin nun raus aus 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 auf aus 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 Vielen Dank.